Nein, sie braucht gar kein schlackernes Licht. Im Grunde wollte ich einfach nur das schlackernes Licht, weil es macht mich um die Körpermitte etwas schlanker. Wir werden also wieder ruhiger. Und wir begrüßen, ohne alles, Anita Tickel, meine Damen und Herren! Applaus Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kann ich jetzt bitte die Punkte für die Elite haben? Ich hab's gehört. Drei. Drei. Hallo, wir haben Oster. Also, wir geben zwei Punkte für Anita, als Säcke zur Wahlsteuerung. Das ist noch ein Punkt, ich kann jetzt dafür, wir fragen mal die Süßen, die sind so schön. Also, ich finde, sich vor so einem Publikum zur Wahl, äh, tja, auf die Bühne zu stellen, was zu performen und sowas, da find ich Buh-Rufe nicht ganz so toll. Es erfordert wahnsinnig viel Mut, da was zu machen. Und ich finde, erst recht, wenn eure Jüge mit dabei sind, das ist total hier wirklich, ähm, da bin ich, also, von mir gibt's auch nur drei Punkte, ja, aber die gibt's auch. So, dankeschön. Also, erstmal, äh, wollte ich natürlich noch sagen, die Chantal hat natürlich recht, ja, ich bin so ein bisschen sehr weit nach oben gerutscht und weiß jetzt nicht mehr, wie ich von den Dauerzehnpunkten runterkommen soll. Da hat sie mir jetzt natürlich geholfen, so ein bisschen, weil Zehn sind's nicht, aber ich muss sagen, dass ich so diesen Trash-Appeal doch eigentlich ganz charming fand, deswegen bekommt sie fünf Punkte. Also, ich glaube, ich hoffe, sie hat Spaß gehabt und ein Punkt von mir. So, ähm, ich möchte hier auch geliebt werden und riskiere nicht hier nochmal ausgeboten werden, deshalb gebe ich zehn Punkte. Zehn Punkte, die sind's nicht! Das ist so ein grausamer Scherz. Ein grausamer Scherz, aber vier. Mein Potenzial ist das schon. Potenzial als Klofrau. Vier Punkte. Okay, ich fand sie, 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 sie war so ein bisschen wie Rotkämpchen vom Weg abgeküttet. Entschuldigung. Aber ich geb einen super Zielpunkt dafür. Ja! Wir schauen mal, wie es vielleicht so geht, liebe Freunde. Ich kann auch nichts dafür, hallo. Ich bin einem zu engen Kleid und Papa. Entschuldigung. So. Motecha? Ja. 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 Vielen Dank.